Einheiten, kümmert ihr euch um Hades? Verstanden! Alter, alter, es geht auch ab die Sau hier. Puh, puh! Guckt euch das an! Boah! Also hier ist nix mehr mit... Alter! Ja, findest du den ersten Stock! Nein! Okay, wo sind sie? Wo sind sie alle? Alter, die Granate ist echt vom Vorteil. Die Granate ist echt geil. Da haben wir so den Vorteil da durch. Da unten ist da noch einer. Wo ist denn aber die scheiß Kiste? Und wo ne Munitionskiste sein? Nein, jetzt komm ich in... Boah, scheiße! Scheiße! Scheiße, keine Munition mehr. Zwei Uhr! Dammit! Ich brauch ne Waffe! sie ziehen sich zurück danke musik geflogen das paketen dörfer nein 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 jetzt bloß nicht sterben nein das kann doch nicht sein aber wo spawne ich denn jetzt hier scheiße scheiße ja ich schrotten hallo ich schrubb doch die ganze zeit drauf für alle die alten viel aus so haben welche da ist er noch was sogar BAMS Jawoll, einfach mal rausgeruppt Mach ojen, Dark Kontakt beim Glockenturm auf Mann am Boden, Mann am Boden Scharfschütze im Glockenturm Scharfschütze visiert uns an Los jetzt, der Rauch verwert schnell Spring Scheiße Scheiße, ist das hier offen Kannst du erst laufen oder erst schießen? Jetzt sind Scharfschütze unser Beschuss Was geht denn, ne? Lauf! Boah, ist das heftig hier Los, los, los! Komm schon, unten auf der Straße kriegt er uns nicht Nein! Ja, IMP ist schon relativ vorteilhaft Boah, älter! Durch die Lobby! Ich sehe Tores, er ist getroffen Verstanden, Bravo Ruf einen Sanitäter Finde Rivers Er hat die Stinger Scheiße, wir brauchen die Stinger Los! Da ist Rivers Schwerst am Stoff Wir brauchen die Stinger Ich gebe Deckung Scheiße, Alter Scheiße, Alter Nein, Drohnen Fuck Holy shit, Alter Holy shit Bravo, Hades-Konvoi ist vier Minuten vom Ziel entfernt Verstanden Bravo unterwegs vom Ziel Los geht's Hilft mir mal, Mitchell Ja, wo? 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 Ach da Bravo, Hades-Konvoi ist zwei Minuten entfernt Alter, das ist aber schon echt krass hier Also inszeniert ist es Hut ab Da, wir locken Ihnen einen Hinterhalt Bravo, Hades kommt Verstanden Mitchell, die Ladungen In Deckung Warte auf mein Zeichen Jetzt Verdammt noch mal Mitchell Hades kommt noch Ja, jetzt ist schön Ja, da war es aber schon zu spät, du Blöde ist auch, du Warte auf mein Zeichen Jetzt Bravo, nicht aufgeben Wir müssen Hades erwischen Alter, Alter, Alter Ich kann den Feinden nicht anvisieren Vorwärts Wir müssen den Bereich sichern Feinde bei den Tischen Feuer, Feuer Warte Boah, Garnab need Geht auch gut ab Greinen Boah, Alter Wo denn? Scheiße! Boah, Alter! Was, Racketenwerfer? Boah, Alter! Schön weggeknallt! Alter, der Granatwerfer geht gut ab, also damit kann man ordentlich aufräumen. Gut ab zu einem Granatwerfer, hätte ich nicht gedacht. Scheiße, Scheiße! Oh, verkohlte Leichen! Alter, ey! So, noch jemand! Da vorne! Ja, nix Sanitäter! Ein Sanitäter höchst! Oh, Alter! Oh! 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 Oh, Alter! Wie verhalten die denn aus? Die Straßen sind frei! Bröken zu Hades vor! Roger! Achtung, mehr KVA auf dem Weg. Schnell, Mitchell, ich geb Deckung. Ach nee, oder? Ja, schön, dass man die Tür öffnen. Mitchell, pass auf! Oh, fuck. Oh, Mann! Komm schon, komm schon! Nein! Oh, fuck, der Arm ist am Arsch. Danke dafür. Okay, holen wir dich raus hier. Gerade bestätigt. Hades wurde getötet. Wiederhole. Hades wurde getötet. Er weiß es. Arjans weiß es. Was weiß Arjans? Extra Herausforderung. Menschenjagd abgeschlossen. Und, äh, oh, scheiße, was war's? Zum starren Geboren freigeschaltet. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. ijen. Vielen Dank.